Hey, mitnehmen so einen richtigen Pokémon-Liga-Fight. Lass mal Dämoni spielen. Okay. Okay. Okay, das muss das sein. Der Taube! Verdammter Hacke. Fangen! Toast. So, jetzt sollte ich auch mal gucken, dass ich weiterkomme. Und nun so habe ich irgendeinen Pokémon, der mich nicht mehr gehorchen. Und dann habe ich ein Problem. Die haben die dritte. Oh? Bier ist ja? Tauks genau, oder? Okay. Oh, ich bin da. Farber. Farber. Nice! Oh, das ist ja schon mal. Ich bin nur noch nicht im Hintergrund. Ich bin nur noch nicht im Hintergrund. Oh, scheiße. Schutzproduz. Danke. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich campen. Los! Gut. Ich glaube, ich habe noch einen Wacken. Und ich habe noch einen Schnauern. Ich habe noch einen Schnauern. Schnauern! Schnabbel! Oh! Knirpsachsen-Pubbies! Hey! Du bist aber stark! 60 Poké-Belle! Und 3 Poké-Belle! Nice! Hey! Du! Hey! Du strahlst ja bei beiden Ohren! Tyra! Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Coole Sache! Achja, ich wollte dir noch was sagen! So ein Kampf ist ganz schön anstrengend von Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in ein Pokémon-Sender bringst, wird dein Team dort wieder aufgekämpft. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Bei dem Zustand deiner Pokémon nachkämpft. Nachkämpfe immer gut im Auge, ja? Ja! Ja! Du hast mich viel zu labern! Ja! 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 Böbel! Ja! Das ist nicht so schlimm! Die Unterricht ist nicht so schlimm! auf dir? Mir wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ich führe mein Pokémon immer an, dass du siehst. Öffne einfach das Spielmenü mit dem Extra und schaue dir ein Tier an. Hast du ein Buch mal rausgesucht? Dann wähle die Option aus dem Pokémon. Hol und schaue mir die Anstieg auf deiner Seite. Das ist ja nichts ekligeres. Ich schwöre. Pass auf, ich mach das mal für mich. Hey, hallo Habitag. Ah ja, lass uns mal Habitag. Ach, wir lassen uns mal von Habitag. Okay, das ist dezent cool. Route 2. Tipps für Trainer. Um einen Coop Trainer halber zu rufen, muss Koop, nicht Coop, muss für den zweiten Controller einmal schütteln. Route 2. Macht gut, viel mehr Spaß. Route 2. Verbindend für Tannis mit Mamoru. Oh, ab, Taube. Ich will die Junge machen. Hopi! Juhu! Ich mag Hopi. Ich bin Hopi. Vorsicht, man ist mir. Hm? 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 Ich will die Junge machen. Ah, wir sind raubt. Klasse. Raubt wurde fangen. Dora noch nicht. Dora noch nicht. Dora noch nicht. Wie rührt man die Fülle auf seinem Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Blöden kommt. Okay. Sorry, wenn du da kommst. Das war ein Fug bekommen recht. Äh, ein Fug bekommen recht. Ich hab fünf Kompensers. 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 Also war es sein, wenn sie im Kompensers ab. Es geht nicht. Ich hab fünf Kompensers. Die Kompensers. Jetzt sind die Kompensers. die Kompensers. Ich kann sogar... Vielen Dank für diesen Transfer, das von meiner Forschung sicherlich vorankt. Zum Dank der Hälsung von mir eine Belohnung, die dir beim Trainern deiner Programme erfährt. Du verstoßt das Geschenk des Professors im Programme. Das war's. Eeeh! Ach so schnell! Au! Ja raus! die ich kann gar nicht so schnell reagieren mich die wilde Taubern fliegt an wauw den ich bin in der 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 Wenn der Pokémon Attacken einsetzt, die ihr im gleichen Schub habt, dann macht das... Du gehst in die Vietania? Der Wald bildet ein natürliches Lamm, also pass auf dich auf. Also pass auf, dass du dich nicht ver... Hey Asher, quatsch mal mit mir. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fahren. Sie sind schon Garten-Segel-Legger, weil sie sich auf die Pokémon freuen können. Aber... Ich hab's jetzt schon gebraucht. Ich hab's jetzt schon gebraucht, ich hab's jetzt nicht. Hey, hast du ein großes Pikachu dabei? Nein, ich hab ein kleines Eboli dabei. Und dann keine Raupe. Das ist so ein Geil, soll eigentlich die U-Ramba haben. Ratz, Ratz. Taupsi. Taupsi. Taupsi, wünschst du's. Taupsi. Taupsi. Oh. Taupsi, wünschst du's. Tjaupsi, wünschst du's. Mümm, Geneva. ああ. Das kann doch nicht da sein! Da hat ein kleines Taubstchen... Ey, ich will das Mikrotaubstchen haben! Oh, die Scheiße. Das ist ein kleines Taubstchen. Das ist ein kleines Taubstchen. Ja, da ist ein kleines Taubstchen. Das 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 ist ein kleines Taubstchen. habe ich mich vor dem platz vor dem bieber die Ich hab's gefeiert. 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 Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stamm. Es versteckt sich in hohem Gras. So wie in Wäldern und fast eifrigen Glättern. Rausholen. Ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert. Oh. Ey. Jawoll. Du hast auch Pokémon. Lass uns kämpfen. Sieh mal da. Wie kommt der auf den Pokémon? Oh, ich hab's gefeiert. Finalin, yo. Ey. Ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert. Ich hab's gefeiert. Ja. Aber dann, viel Spaß mit deiner Freundin. Also, mit nicht deiner Person. Du weißt nicht, wie ich's hab. Viel Spaß mit deiner Freundin, mit der du nicht zu bist. Wahrscheinlich nicht zu. Du weißt nicht. Du weißt nicht. Ja, 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 ja... Entsche Spaß oder so... Hä? 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 Ab dein Ernst, du... Easy! Oh Rhy... Oh... Klaueh! Keine scheiß Pokkvall! Du ekelhafte Rauner! Ich hab den Kommandor. Geh mal. Ja, da muss ich definitiv nust bleiben. Oh, ein Rissiness. tipps für trainer ein pokémon fahren kann 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 von der art des controllers haben die verwendet wenn die controller wechselst du diese option wird auf den menschen aufzeigen ich will kämpfen da schicken Ich höre den Mond, ich höre den Mond. Ich höre den Mond. Taub sieben Staus! ERI! Ich höre den Mond. Oh, ich hab sie geschehen. Warte, warte. Ein Mini-Pan. Pikachu! Ja, ja, ja. Braves Pikachu! 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 Pikachu ist in mir dann zu Hause. Da es in seinen Backentaschen-Elexizitätsspeichert bekommt man einen Schlag, wenn man diese Brüder kommt. Ich bin mal kurz als Karl... So kurz meine Brüder weg. Bis gleich! Tschau, Veina! Warte, was du hörst. Irgendwie, ich bin grad mein OBS. Ich hasse dich gerade. OBS. Ich hasse dich gerade. Ähm... Ja. Scheißen Dreck! Ähm... Oh ja, ich weiß nicht. Egal. Aber das klappt. Das war kurz was. Guggen. Und dann nehmen wir noch ein Swosrow rein. Ich nehm' ich den. Oh! Okay. 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 Liegt da noch nem Charm? War echt abends süß oder? Okay. Ich war immer abends immer. Ich hab's nie gesehen. Hm. Irgendwann die ganze Zeit ist der Fosse. Oder wäre natürlich auch schon Quascher. Ha! RIP! Nur 6 Minuten! Ja, bei mir ist es jetzt auch irgendwie gerade ein bisschen weird. Immer wenn ich irgendwas hier mache mit OBS, also Aufnahme. Aber ich... Wenn ich sowas spiele, dann capture ich gerne meine Streams und so. Spind der gerade hart rum. Ansonsten war der noch gut. Ähm... Schwierig. Borello? Drapadons? Noch eins? Auf dem Choker Drapadons? Hat aber einer getestet, wie Choker Drapadons ist? Müsste ja richtig klatschen eigentlich mit dem 2 Gold, oder? Weil der macht 450 der Fall schon. Hahaha! Der Varus-Pfeil, Alter! Yo! Mach's gut, Bruder! Wir sehen uns! Tschüss, Alter! 1.300 der deutschen Varus-Arrow! Oh, tschüssi! Ich hoffe jetzt! Welches Mikrofon hast du ja? Ah, es gibt keine einzige Spatula! Ähm... Gut. Muss ich wie gesagt... Ich würde es nicht so ein schönes Problem haben. Uff! Zumal ich. Zählen. Zumal ich. Graus. Da bin ich doch ein bisschen, wie ich sie hör mit. Da bin ich... Ich so ein bisschen, wie ich sie hör mit. Das ist so ein bisschen, ja. I should看 es, hiep! Hu hu hu! Jey, ja okay, to dich du! Wir haben uns aufgelöst. Jetzt kann ich uns aufgelöst. ich habe es nicht richtig das kommt ein alter 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 ja das ist schon leider bruder da muss ich komplett weg ... Ich hab ihn mit ihm verletzt. Ich hab ihn mit ihm erledigt. Dreckig! Grip! Ah! Grip! RIP! Wow, streamed Elements. Vielleicht ist es ein bisschen von Wurrsch. und 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 Ich hoffe, dass wir jetzt Gage Ging gar nichts Ging gar nichts Und die haben die Mordverbrechen, oder? Ach so Ja, ich bin mal eine Stücke Hier ist schon gekämpft Da ist ein riesiges Robo Ich mach' Was? Alter. Ich muss jetzt weg. Aus dem Schuh. Aus dem Schuh. Aus dem Schuh. Okay. Das war's. Ja dann, das war's. Die Lehre wäre unverwilling. Wie ist das? Die Lehre wäre zu sein. Und ich habe eine globale Rech拳, da er die Recharm. Die Worte wäre zu sein. Jetzt kommt es ein Anbetter, und wieder Augen würde. Was ist das? 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 Ich will irgendwie kämpfen Entschuldigung Ist doch in diesem Wald wieder drin Keine Ahnung Was ist das? Wie wird das? Niedere Wand bei P Topsi Topsi Ich bin stol Topsi 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 Meno, ich hab nur eine Unschläge Frage gestellt Obwohl es geht nicht kämpfen Was ist denn das? Kämpfen Ey, ein wahrer Pokémon Trainer Topsi Ja, das Topsi ist halt schon ein bisschen trainiert Kokuna Kokuna? Topsi Kaffee Wenn Stoß Ich werde das nicht Boom Wander Boah, ich hasse das Ist der Hä? Was? Ich hab kein Kampf für jedes Pokémon mehr? Easy Aber ich spiele halt einfach gegen den, der eine Meta Slump ist Ja, ich hab keine Elemente Lüfte im Übrigen Ja, meine Mutter pennt noch Ich muss gleich mal gucken, ob sie das machen ist Ja Ja, meine Mutter hat sich hingelegt und gesagt, ich soll sie um halb der Szene wecken Ja Ich weck sie Ich muss gleich mal gucken, ob sie jetzt wach ist Warum die selbst Ja Boah, das ist so boring, Alter Ich wünsch dir, wir würden einfach Spaß machen, die ganze Zeit Wirklich? Das wäre super der Szene, ne? Ja 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 Ah, ein Pokémon Aber Das ist... Wirklich, keine Ahnung, was ich da falsch mache Nichts Ich spiel ne gute Combo Ich hab ne Phantom-Buff Ich hab ne Sorcerer-Buff Ich hab ne gute Frontline Ich hab CC Mhm Ich hab Kindred drin Es ist egal Ich spiel an der Stelle gegen den falschen Typ Und deswegen werde ich Sechster und nicht Vierter Ja Das ist so bullshit Hä? Wie bist du denn? Ich wollte ein Pokémon fahren und hab irgendwann noch den... Ja, wirklich Ach, sie zieh mir aus, das ist immer genug Es sind halt drei Leute drin, die ein, vier und sechs HP haben Und ich hab 22, bin zweiter Meine Schwerigkeit wiegt in einem Elemente des Spielers, der mir einfach 25 Leben draint Mit einer Runde, die ich verliere Was ist das für ne Scheiße, Alter? Come on Jetzt mach ich Tipps für Triff Entferne einen Joint-Con-Controller von der Konsole und Schütteln So kannst du mit deinem Partner Schütteln Gerade keine Entfassung Was hast du denn in Schüttels gelernt? Erzähl Keine Ahnung, ob er geht Es sind wirklich fast immer nach der Schüttel Keine Ahnung Ich spiel in die gute Lopo rein Ich pack die Mühle in den 10 rein Aber es ist jeder Undrundlich die IP-Bit-Fu-Jahr Oh Nein, du hast mir keine Tipps für das Was? Er hat nur von Triff und Tiff und Tiff. Ich hab nicht so umsonst zu viele Pokémon Ich hab nicht so umsonst zu viele Pokémon Ava? 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 Zillio, was ist denn da? Da oben hat er uns hieß, die 2.5. Ava? 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 Oma? I crowd Eee, und wie ist es jetzt? Es hierer ist theat leiser. Es ist selbst canon, oder? immer denselben Scheiß spielen müssen. Ja, okay, danke. Bei ehrlich gesagt finde ich nichts hacken oder was du meintest mit Heiliger Grias gratis. Och, bitte. Tut zutrainer. Du kannst dein Pokedex jederzeit... Ach, stets nicht, stets nicht... Was ist denn du, Foll? Das war'n schon auf Roben, die Leute hab's schon nicht gewusst, ne? Ich dachte, ich... Also, du musst dir mal vorstellen. Hey, warte auf... Wo müssen wir denn solle ich hin? Was heißt, wie gar nicht ihr Ende bisher? Wenn die alle nicht dreißen, die alle mit der Reise vorstimmen? Noch ein Buch hast du dich... Käfersammler, Max, vor dir. Ich hab' das schon. Ich hab' das schon... Sad-tron. Aber komm, hat er nicht früher gemacht. Ich hab' den 3.000 Früger ausgestürtet. Was denn? Ich hab doch mein Taub sie ist ok Fuck me Du wärst falsch Schauweld ist besser Wenn ich sag dann gleich wirds gut können Wer kriegt Schon besser No problem Du Dreckfaube Rinder Kannst du bitte deine Wunkerampel aufhören Ja 4er Ninja Elementor ist das ja andere Waffe Geht doch Ist so ärgerlich ne Ich spiel eigentlich nur mit dem Konto Er hat halt trotzdem noch einen Sechster Weil einfach weils egal ist Ja 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 du verlässt jetzt diese schilder soll ich ich höre die bp eines pokémon desto höher der angeblich irgendwie aus den einzelnen status hier und dort hast du schon mal stolcher am wegesrand bringen ich höre kann man sie mit ein geheim technik gespeitsschnitt